LED-Pflanzbeleuchtung, Aktivkohlefilter und Abluftsystem – in einer einzigen Komplettlösung? Gibt es das? Kann das funktionieren? Um es vorwegzunehmen, ja, so etwas gibt es. In diesem Video schauen wir uns dieses Gerät mal genau an und schauen, wer und was hinter diesem spannenden Produkt steckt. Wir sprechen mit den Erfindern und haben die sogenannte Flower One persönlich unter die Lupe genommen und getestet. Hallo Freunde, ich bin Sebastian vom GrowGuru Team. Uns ist es immer ein Anliegen, unseren Zuschauern die neuesten Produkte und Innovationen zu zeigen, die diese Branche so spannend machen. Wie ihr vielleicht in unserem letzten Video gesehen habt, haben wir auf der Mary Jane Messe in Berlin einige interessante Produkte gesehen. Das Video verlinken wir am Ende des Beitrages. Zwei Jungs sind uns in Erinnerung geblieben und um die zwei und ihr Produkt geht es in diesem Video. Tim und Tobias stellten auf der Messe ihre Erfindung, die Flower One, vor. Es war die Rede von All in One, von Nachhaltigkeit und Plug and Grow. Das angepriesene Produkt ähnelt in der Optik fast einem Raumschiff. Das alles wollte ich mir unbedingt mal genauer anschauen und habe erneut Kontakt zum Hersteller aufgenommen. Und nun steht vor mir auf der Ladentheke dieser Karton mit Absender aus Berlin, der Heimat der Erfinder und Entwickler. Zwei aufgeweckte Jungunternehmer, der eine Maschinenbauingenieur, der andere Raumfahrttechniker, haben mit ihrem Startup Flower Power die Flower One auf den Markt gebracht. Aber zu den Jungs später mehr. Kurze Bitte in eigener Sache. Wenn euch gefällt, was ihr seht und ihr Lust auf weitere Videos habt, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. So verpasst ihr keine Neuigkeiten und unterstützt uns wirklich sehr. Schauen wir erstmal, was in dem Karton ist. Da wäre der Aktivkohlefilter, die Lampe mit integriertem Lüfter, das Netzteil inklusive Netzstecker und Verbindungskabel und zwei Aufhänger sowie eine Schlauchschelle. Verglichen mit einem herkömmlichen Setup schon mal deutlich kompakter und platzsparender. Das einzige, was zum Start des Betriebes fehlt, ist der 100mm Schlauch in der entsprechenden Länge zum Abführen der Luft. Hier schauen die Entwickler aktuell nach einer nachhaltigeren Lösung, denn nicht jeder Nutzer braucht einen Schlauch in 10m Länge. Und kürzere Alternativen sind rar. Der dafür aufgerufene Preis liegt aktuell bei 1399 Euro. Das klingt erstmal nach viel Geld. Wir werden später im Video sehen, ob der Preis wirklich gerechtfertigt ist. Die Flower One vereint die wichtigsten Komponenten wie LED-Beleuchtung, Klimatisierung und Filterung in einem System. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und arbeiten smart miteinander an der Erschaffung optimaler Bedingungen für Pflanzen. Aber schauen wir uns die einzelnen Komponenten dieser Komplettlösung mal im Detail an. Beginnen wir mit dem wohl wichtigsten und zugleich spannendsten, der Flower One selbst, und richten das Augenmerk erstmal auf die verbauten LED. Es kommen Full Spectrum Horticulture Cops von Luminus zum Einsatz. Das Besondere am Spektrum der Cops ist der extrem breite rote Peak, der sogar ziemlich viele Anteile im Farad-Bereich aufweist. Davon profitiert die Fruchtbildung der Pflanze in der Blütephase, welche gute Erträge verspricht. Bei einem Spektrum von 400 bis 780 Nanometern bringt es die Lampe laut Herstellerangaben bei maximaler Leistung von 320 Watt auf eine Effizienz von 2,59 µmol pro Sekunde. Das Gerät ist stufenlos dimmbar und verfügt bei niedrigerer Lichtleistung über eine noch mal höhere Effizienz zwischen 2,68 und 2,93 µmol pro Sekunde. Die Linsen sind aus Glas und haben einen Abstrahlwinkel von 90 Grad und sollen Lichtverluste reduzieren. Hiermit können quadratische Flächen bis zu 120 x 120 cm ausgeleuchtet werden. In dem Gehäuse ist auch die Lüftung verbaut. Es ist ein EBM Papst EC Lüfter, was schon mal für eine geräuscharme Lüftungsvariante spricht. Mit diesem befördert die Flower One bis zu 100 m³ Luft in die Stunde durch den direkt zwischen LED und Lüfter befindlichen Aktivkohlefilter über den Abluftschlauch nach draußen. So werden sowohl Gerüche gefiltert als auch das Klima geregelt. Die Leistung des Lüfters ist temperaturabhängig. Die Flower One erkennt indirekt die Umgebungstemperatur und regelt so den Luftstrom bzw. die Lüfteleistung und stellt so das richtige Klima sicher. Darüber hinaus verfügt sie über einen Nachtmodus. Dieser reduziert nach dem Abschalten des Lichtes automatisch den Luftstrom. Dies verspricht eine ruhige Nachtumgebung für Pflanze, aber auch für den Mensch. Darüber hinaus gibt es einen Lüfter-Boost. Betätigt man diesen Schalter, wird dauerhaft die maximale Lüfterleistung abgerufen, falls die automatisch geregelte Leistung mal nicht den Bedürfnissen ausreichen sollte. Direkt über den LED befindet sich außerdem noch ein Aluminiumkühlkörper, der von der angesaugten Luft durchströmt und gekühlt wird, bevor sie durch den Aktivkohlefilter gesaugt wird. Das strömungsoptimierte Zusammenspiel des Kühlkörpers und dem Gehäuse verspricht sich der Hersteller eine Maximierung des Lichtoutputs. Wiederum direkt über dem Kühlkörper wird der Aktivkohlefilter eingeführt. Dieser ist mit 1,2 kg Aktivkohle befüllt, welche sich über ein 4,5 cm tiefes Aktivkohlebett verteilen. Der Aktivkohlefilter ist wieder befüllbar und kann einfach und schnell getauscht werden. Der Filter hat eine Lebenserwartung von mindestens 6 Monaten. Verbunden ist die Flower One über das mitgelieferte 4 m lange Verbindungskabel mit der Powerbox. Das System kann also bequem von außerhalb der Box betrieben und verwaltet werden, ohne die Box dafür öffnen zu müssen. In der Powerbox integriert ist zum einen der stufenlose Dimmer und die Zeitschaltuhr, über die der Lichtrhythmus bestimmt und geregelt werden kann. Zu guter Letzt ist auch noch eine Steckdose verbaut, die ebenfalls durch die Zeitschaltuhr geregelt ist. Über diese können weitere 2000 Watt abgerufen und zum Beispiel Umluftventilatoren betrieben werden. Ohne Filter bringt die Lampe mit Gehäuse 4,5 kg auf die Waage. Mit Filter liegt das Gewicht um 5,9 kg. Ach und übrigens, die LED wurde in Deutschland entwickelt und wird seither auch dort produziert. Soviel zu den einzelnen Komponenten. Die Zahlen und Fakten lesen sich gut und ich bin gespannt, wie der Aufbau vonstatten geht. Ein paar Fragen stellen sich mir jedoch zur Flower One und wer könnte diese besser beantworten als die Erfinder und Entwickler selbst. Daher habe ich den Bären aus Berlin mal auf den Zahn gefühlt. Jungs, stellt euch doch einfach mal kurz vor. Moin Sebastian, moin Leute. Ich bin Tobias, Gründer von Flower Power und zusammen mit Tim kam uns die Idee, während des Studiums die Flower One zu entwickeln. Hier bei Flower Power haben wir uns das Ziel gesetzt, den Pflanzenanbau leichter zu machen und wollen diesen nachhaltig revolutionieren. Vielen Dank für die Vorstellung und beginnen wir doch einfach direkt mit der ersten Frage. Die Flower One ist ja ein Produkt, welches es so noch nie gegeben hat. Dementsprechend ist das Thema für viele Nutzer Neuland. Ihr als Erfinder und Entwickler dieses Produkts könnt mich sicherlich aufklären, für wen und welche Anwendungsfälle sich die Flower One explizit eignet. Die Flower One, das All in One Anbausystem, eignet sich sowohl für Anfänger als auch für Profis. Vor allem aber auch für Leute, die sich keine Gedanken um die Technik machen wollen und sich nicht den Kopf um diese ganzen Fragen zerbrechen wollen. Darüber hinaus ist die Flower One auch für Leute sehr gut geeignet, die zum Beispiel bereits Technik haben, aber nicht zufrieden damit sind. Zum Beispiel wenn der Lüfter zu laut ist, weil die Flower One extrem leise ist und somit auch für Schlafzimmer geeignet ist. Danke Tobias! Bei der Flower One setzt ihr auf Horticulture Cups von Luminous. Cups sind in der Szene zum Teil als nicht mehr ganz so up-to-date verschrien. Bitte erklärt doch mal kurz, wieso ihr euch in der Entwicklung für die Nutzung dieser Chips entschieden habt. Ja Sebastian, da hast du tatsächlich recht. Cups sind historisch bedingt nicht mehr das angesehenste in der Szene. Das liegt vor allem daran, dass damals Standard Cups entwickelt worden sind oder verwendet worden sind, besser gesagt, wo das Spektrum nicht optimal für Pflanzen geeignet ist. Darüber hinaus haben Cups die Eigenschaft, dass vor allem in der Mitte der Cups ein Wärme-Hotspot entsteht, welche nicht besonders gut für die Effizienz sind. Bei der Flower One sieht es allerdings anders aus. Wir haben zu einem mal die Hochleistungskühlung, weil die Luft ja direkt durch den Kühlkörper geht und die Wärme direkt mitnimmt. Aber auch Horticulture Cups, die das entsprechende Spektrum mitbringen und eine sehr gute Effizienz aufweisen. Dankeschön! Glaubt man den gängigen Formeln zur Berechnung der Abluftgröße, sind 100 Kubikmeter die Stunde ja etwas knapp. Nun stellt sich mir die Frage, wird auch mit dieser Lüfterstärke ausreichend Unterdruck erzeugt und wie sind eure Erfahrungen mit dem Klimamanagement? Ja Sebastian, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an und diese Frage stellen uns unsere Kunden auch immer wieder. Um die Antwort vorweg zu nehmen, ja, 100 Kubikmeter reichen aus. Um erstens genügend CO2 in die Box zu bekommen, zweitens, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch steigt, drittens, um die Wärme aus der Box raus zu bekommen und viertens, fast der wichtigste Punkt, damit kein Geruch nach draußen dringt. Wir bei Flower Power haben uns bei der Entwicklung der Flower One die Fragen gestellt, wie viele Kubikmeter brauche ich denn, um diese ganzen Punkte beantworten zu können. Und wir sind zum Ergebnis gekommen, dass 100 Kubikmeter ausreichen. Wenn man jedoch sich an den gängigen Formeln oder Faustformeln orientiert, die hauptsächlich an NDL-Technik oder aber auch an passiv gekühlte LEDs orientiert, wo quasi LEDs im Raum hängen, wo die Wärme sich überall im Raum verteilt, orientiert, braucht man deutlich mehr Volumenstrom. Ein Vorteil eines geringeren Volumenstroms liegt vor allem auch darin, dass erstens die Lautstärke geringer ist und zweitens auch, dass kein Stromverbrauch unnötig verbraucht wird. Danke Tobias. Das Bedürfnis nach Sicherheit wird auch bei Hobbygärtnern immer größer. Für eine eigenständige technische Prüfung auf Herz und Nieren fehlt aber vielen das Fachwissen. Um eventuelle Zweifel auszuräumen, würde mich interessieren, wie ihr die Flower One und die Steuereinheit abgesichert habt. Die Sicherheit ist ein sehr wichtiges Thema. Wir haben uns logischerweise dabei auch was gedacht und haben die Flower One dreifach abgesichert. Einmal mit einer Feinsicherung an der Stelle, wo der Strom in die Powerbox reingeht, falls zum Beispiel ein Gerät eingesteckt wird, was selber einen Kurzschluss verursacht. Zweitens über einen Temperatursensor, der die Temperatur der Leuchteinheit überwacht. Soll die Temperatur zu hoch steigen, wird das Licht komplett deaktiviert und schaltet sich selber nach Abkühlen wieder an. Drittens durch eine thermische Schmelzsicherung, welche auslöst, falls der zweite Sicherheitsmechanismus versagt. Zu guter Letzt noch ein Blick auf das einzig Wahre, das Bahre. Manch einer mag unter dem Preisaspekt skeptisch auf die Flower One blicken. Deshalb würde ich mich über ein paar Worte dazu freuen, warum der Preis in dieser Klasse angesetzt ist. Die Flower One ist die effizienteste Lösung für Growboxen, welche wir hier in Deutschland mit CO2-neutralen Partnern selber herstellen. Die besonders hohe Effizienz ist nur möglich, indem wir auf die besten Komponenten zurückgreifen, welche auch im Einkauf deutlich teurer sind als Standardwaage. Die Effizienz hilft euch dabei, weniger Strom zu verbrauchen und somit auch auf langer Sicht weniger Geld auszugeben. Beim Aktivkohlefilter zum Beispiel kann man die Aktivkohle selber wieder befüllen und somit sind die Betriebskosten auch da deutlich geringer als in anderen Systemen. Das bedeutet für euch auf lange Sicht spart ihr wahres Geld und habt eine Menge Spaß, indem ihr direkt losgruben könnt. Damit schöne Grüße nach Karlsruhe und an alle zu Hause. Vielen Dank an Tim und Tobias an dieser Stelle, die sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Wie bereits erwähnt, lesen sich die technischen Fakten sehr gut und das Gerät sowie die dazugehörige Steuereinheit machen optisch sowie haptisch einen guten Eindruck. Der Aufbau gestaltet sich denkbar einfach. Zu Beginn setzen wir den Aktivkohlefilter in die Lampe ein. Dafür schieben wir das Aktivkohlebett in das dafür vorgesehene Fach. Durch das Betätigen der Schrauben wird der Filter passgenau justiert, was dafür sorgt, dass keine Luft am Filter vorbeigezogen werden kann. Als nächstes wird der Schlauch an der Flower One befestigt. Anschließend werden die im Lieferumfang enthaltenen Aufhänger mit der Flower One verbunden und auf die gewünschte Höhe eingestellt. Dies kann man auch ohne Helfenhand leicht umsetzen. Zu guter Letzt verbinden wir noch die Flower One mit dem Netzteil. In unserem Shop haben wir aktuell tagsüber eine Raumtemperatur von 21 bis 22 Grad, während dies in der Nacht aufgrund der Umgebung und Isolation auf 17 bis 18 Grad abfällt. Die Flower One hängt über zwei Stofftöpfen, in denen sich je eine Tomatenpflanze befindet. Das A und O eines konkurrenzfähigen Produktes ist die Bedienbarkeit. Die Zeitschaltuhr ist leicht bedienbar und ermöglicht eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben hier einen einfachen Tag-Nacht-Rhythmus eingestellt und die Pflanzen bekommen zwischen 10 und 22 Uhr Licht. Die Lichtleistung ist stufenlos dimmbar zwischen ca. 6 bis 7 Watt und maximal 320 Watt. Die Lüfterleistung regelt sich wie versprochen automatisch anhand der Temperatur der Nahumgebung der Flower One. Hierfür haben wir unsere Pflanzen mal ordentlich bewässert und vor dem Sonnenaufgang mal die Werte gemessen. Die Temperatur lag bei 17,8 Grad und die Luftfeuchtigkeit bei 72 Prozent. Eine Stunde später haben wir bei voller Lichtleistung und automatischem Lüfterbetrieb erneut gemessen. Die Temperatur ist auf 19,9 Grad gestiegen und die Feuchtigkeit wurde auf 56 Prozent reduziert. Eine weitere Stunde später hat sich die Temperatur nochmals auf 20,5 Grad erhöht und die Feuchtigkeit liegt bei 51 Prozent. Diese Veränderungen wurden durch die automatische Lüftersteuerung herbeigeführt und wir können feststellen, dass wir Lüftergeräusche nicht wahrnehmen konnten. Unser Betrieb bei voller Leistung ist der Lüfter natürlich gut hörbar, dennoch aber absolut im Rahmen. Zwischen Abrufung der maximalen Lüfterleistung und Normalbetrieb liegen in unserem Test etwa 10 Dezibel. Zur Funktionsfähigkeit des Aktivkohlefilters bei der Bekämpfung von Gerüchen können wir aufgrund unseres begrenzten Tests keine fundierte Aussage treffen. Zu guter Letzt haben wir den Stromverbrauch der Flower One getestet. Dieser lag bei 100 Prozent Lichtleistung sowie 100 Prozent Lüfterleistung bei ca. 330 Watt mit geringfügigen Schwankungen um 1 bis 2 Watt. Unter 100 Prozent Lichtleistung und automatischer Lüfterregelung erreichten wir 323 bis 325 Watt. Bei 50 Prozent Licht und 100 Prozent Lüfterleistung belieb sich der Verbrauch auf ca. 165 Watt. Und schließlich konnten wir bei 50 Prozent Lichtleistung und automatischem Lüfterbetrieb einen Wert von ca. 155 Watt messen. Der Verbrauch ist also wie angegeben. Kommen wir zu unserem bisherigen Fazit. Alleinstellungsmerkmal ist ganz klar die Vereinigung einzelner notwendiger Komponenten zu einer ausgeklügelten All in One Lösung. So etwas gab es bisher nicht und ist ausschließlich bei der Flower One zu finden. Unsere Rahmenbedingungen wie z.B. Umgebungstemperatur zugrunde legend können wir sagen, dass die Flower One genau so funktioniert wie sie soll. Wir sind begeistert von dem minimalen Geräuschpegel des Lüfters, der für die angegebenen Boxgrößen bei unseren Rahmenbedingungen vollkommen ausreichte, um das Klima wirklich gut zu regulieren. Wir können die Flower One jedem empfehlen, der anstatt auf das herkömmliche Setup zu setzen, lieber eine innovative, funktionierende All in One Lösung bevorzugt, die zuverlässig das Klima und die Beleuchtung regelt. Darüber hinaus ist es ein echter Pluspunkt und Vorteil, dass das Gerät in Deutschland produziert wird. Dies verspricht einen schnellen, ausgezeichneten Service und kurze Wege sollte doch einmal etwas nicht so richtig passen. Außerdem versuchen Tim und Tobias die Produktion nachhaltig zu gestalten. Aktuell könnt ihr die Flower One über die Website der zwei Entwickler beziehen. Bei Fragen stehen euch sowohl Tim und Tobias als auch wir vom GrowGuru gerne zur Verfügung. Wenn ihr das System im Einsatz sehen wollt, kommt gern zu uns in den Shop. Hier wird die Flower One künftig bei der Arbeit zu beobachten sein. Schaut auch gerne mal auf dem YouTube-Kanal der beiden vorbei. Dort findet ihr weitere Informationen zum System und auch zur Power Unit. Außerdem erklärt Tim einmal die physikalischen Hintergründe zum Thema Effizienz und GrowLED. Das Video verlinken wir ebenfalls zum Abspannen. In der Videobeschreibung findet ihr außerdem einen Link zum Internetauftritt der beiden und ihrem Startup Flower Power. Teilt uns gerne in den Kommentaren mit, was ihr über die Flower Power so denkt. Gerne gehen wir auch dort auf eure Fragen ein. In diesem Sinne bleibt gesund und passt auf euch auf. Euer Sebastian vom GrowGuru Team.